Hallo. Die Mission läuft wie ein Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das meiste für Team Galactic. Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das sich in Evigenau in unsere Gebäude eingeschlichen hat. Ha, Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Bike in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galactic in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Oh ja, klar. Mercur. Saturn. Jupiter, Mercur, Saturn oder da gibt's kein Maus hier dran. Reink, reink. Tf, 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 tf. So. Oh. Perfekt, wa? Hat er viel gebracht? Zack. Und tschüss. Level 40. Level 36. Ein Bronzer. So, Flammenrad. Okay. Das war aber nicht so effektiv. Komfurisch. Ist auch so ne nervige Atacke. Aber was will man machen? Natürlich. Verletz sie mal jetzt selbst. Sonder-Sensor. Hm. Okay. Tschüss. Das war jetzt echt ein Volltreffer. Ähhh. Tütütütüt. Poxy-Quark. Quark! Quark! Sollte eigentlich health... ...für life. Jo. Autsch. Verkältung tut ihm also weh. Paralysiert. Und... Aha. Wo ist... Na, wenn man Volt wechselt. Hat mich ganz bewegt. Komm, du darfst auch. Klar, du darfst auch. Wer ist instantisiert. Oh, diese scheiß Vergeltung, ey. Mann, Mann, Mann. Hm. So. Muss mit demnächst wieder Billy holen. Aha. Und tschüss. War halt echt eh nicht mehr viel. So. Was für Rolllevel 36. Agilität. Ah, nö. Du bist stark. Jetzt verstehe ich, wie du uns solche Widerstand leisten kannst. Die Haare, ne? Hm. Selbst ich, ein Kommandant, Kommander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird die drei Pokémon fangen, die in den drei Serien schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon von Zelda Wild gefangen haben. Weg. Weg. Platsch, 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 platsch. Immer noch so viele hier. So. Das ist hier. Kleinen Moment. Okay. Gehen wir kurz nach Hause. Hallo. Willkommen zurück, Centus. Ja, ja. Erstmal heil. So. Dann wollen wir mal. Lucia helfen. Ah, Centus. Gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hinter den legendären Pokémon her. Du musst Lucia helfen. Ach was. Klar steht da noch jemand. Du siehst ja gar nicht. Außer jetzt den Kopf vergehen. Klar. Natürlich. Ach ja. Zwei, zwei. Ja schon. Boing, boing. Ich bin. Ich bin mal. Du, 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 du. Du. Du, 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 du. aber hat auch gut was eingesteckt dadurch Aua ein Goldbad Steilungstempie ist da war immer so tschüss wollte sie immer richtig schön hat aber auch gewirkt und vergiftet nö natürlich nicht so wie sie es gehört ein Tiefslag und tschüss das wollte ich keine Cola trinken wenn ich aufnehme nicht so gut zumindest nichts mit Kohlen sauber ist das so gut ist das so gut tschüss An einen Whirlpool gefangen. Ist auch immer so schön. So. Tempo EVE und Ruffhout Result. Egal. Passt auch schon so. Finalschlag. Etwas Schaden zugesügt aber nicht viel. Aber du bist jetzt fehlgeschlagen. Klar. Vor allem noch ein Charmian. Achso. Tschüss Charmian. Wenn du eigentlich nur ein Pokémon dabei hast, das fast eigentlich alleine bist. Boah. Eigentlich Macht. Ja. Verloren. Nee, 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 nee. Ja. Futsche hier aber auch mal eine Hilfe. Super. Yay. Dann mach ich ja mal so. Überdrink. Und da. So. Ich muss echt mal wieder auffüllen alles, ne? Ach, hier war das nicht. Ups. Okay. Hm. Dann waren die. Yay. Aus der anderen Seite, ne? Ein Enton. Tim, Tim, Tim. Tschüss. Okay. Okay. Wir reden hier. Centus! Team Galactria haben... Sie haben das Pokémon aus dem See. Dein Einblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine den Vorfall beim Windkraftwerk. Deinetwegen habe ich eine ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich denn so verwundert an? Du erinnerst dich doch an mich. Oder etwa nicht? Pah. Dann will ich deinem Gedächtnis mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich bin Mars, ein Commander von Team Galactic. Stark und wunderschön zugleich. Was hast du hier zu suchen? Willst du etwa den Helden spielen und deine Freundin retten? Lass dich nicht lache. Keine Chance. Hier werde ich es schon zeigen. So. Hmm. 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 Voll am Arsch, dass sie mithilft, ne? Ich muss sie das alleine machen. Aha. Klar vergiftet. Was denn auch sonst? Aha. Haha. Hm. Joa, ich mag meine Pokémon halt. so ich war ich habe nicht mehr mein panther mag mich halt gut alle normale wichtig so ein schnurrgas so klar so etwas mehr polster hält ja mehr aus so weiter so so du brauchst ähm, Flammenrad oh, verwärme ich mal wieder die 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 klar? verletzt sich selbst hm, war aber nicht sehr effektiv okay hm, nicht ganz besiegt sooo nochmals lauer aktivieren übrigens nicht mehr verwirrt ach so, das nervt auch ganz schwer evanen immer und immer wieder ich habe schon wieder gegen dich verloren zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier am See der Wahrheit ein Commander von Team Collect darf so einen Fehler nicht zweimal unterlaufen beruhige dich Mars seine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen und diese Mission war ein voller Erfolg jawohl, ganz genau Leute, wir ziehen uns zurück der Boss erwartet uns bereits im Hauptquartier die Pokémon der drei Seelen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden der Thun hatte es am See der Kühner so richtig krachen lassen und irgendwie erschien er durch diese Höhle in der das Pokémon Wesprit schlief Wesprit ist bestimmt erwacht und seine Freunde zu helfen das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert jetzt haben wir alle drei in unsere Gewalt Wesprit das fühlende Wesen Turbuts das starke Wesen sowie Selve das wissende Wesen ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen was Team Galactic für euch vorbereitet hat verstehe Team Galactic hat also auch das legendäre Pokémon vom See der Kühnheit entführt ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Kriminelle aufgenommen ein Glück dass ihr unbeschadet davon gekommen seid doch was ist mit dem See der Stärke auf Flasch in Sicherheit ist? Ah, geht zum See der Stärke wo war da? ach ja da oben kann die von Newe genau da hin? ich glaube ja, aber ey ich glaube es gab einen besseren Blick da hin hm 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 Mal laufen ist man denn auch schnell genug. Moment, Fahrradfahren ist halt so, ich fahre übergehen. Klar. Ein, klar, ein, Stein. So, gut. Stimmt, gegen ihn habe ich gar nicht gekämpft. Ego, ein kämpft gegen... gegen Melvin. Mhm. Well, 15. Okay. Tschüss. Fahr ich nicht. In Onis. So. Jetzt müssen wir dann durch die Höhle. Okay. Jetzt können wir auch vor allem ein Stecker einsetzen. Ja, ich weiß. Äh, jawohl. Ich glaube, es ist jetzt hier Schutz. Aber das dauert jetzt mal viel zu lange. So. Super thoughts. Well, äh... Noch ein Item hier, ne? Ja, ein Rauchball. Zack, 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 zack. 105.000 jetzt schon. Okay. Steinpolitur. Okay. Zack, zack. Fluchtzeiten. Das war wie vorhin lang. Hä? Achso. Komisch gegengelaufen, deswegen hat es nicht funktioniert. Okay. Warum auch nicht? Hm. Dann wollen wir mal auf Lecker einsetzen. Okay. Okay. We're right. Hmm. We're right. We're right. We're right. Okay, da ist nur ein Item... Item? Jetzt haben Sie geld. Ach ja... Stimmt ja wenn man mal auf die nächste Etage ist... Geht's ja weg. Klar, würde ich das nicht einsetzen, dann würde ich schon die ganze Zeit kämpfen müssen wieder. Plötzlich ein Säckchen Püderland. Das war hier. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich lang muss. Oh, ich bin richtig. Oder? Ja. Ich bin richtig. Sehr gut. Okay. Alles klar. Ich glaube, der ist sie nicht unter Kontrolle. Nee, hier brauche ich das hier gerade nicht mehr. Sagt aber, ein Pokémon taucht auf. Ein... Midi-Tee. Ich hab jetzt Level überhaupt. Hm. Ist... Oh, 33. aber es kommt einfach nicht hier runter ein türm kick aua ja es hagel effekte dann versuche ich es mal zu fangen, wenn wir das schon finden, dann können wir es auch fangen ok mediti, meditationspokémon, erschärft seinen geist durch meditation, man sagt, es nehme jeden tag nur eine bähre zu sich würde ich auf erhungern aha so geh weg hüte flockentanz, ein warmes bett bringt warme füße ok wenn du es sagst in unterschied zu manchen pokémon habe ich keine speckschicht, die mich warmelt deshalb trage ich mehrere schichten kleidung übereinander ja, aber wir reden hier halt nackt rum wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen diese hütte hat zwar schon mal bessere zeiten gesehen, aber fühle dich trotzdem wie zuhause ok natürlich natürlich heilen wir uns immer hier ist wieder euer helena mit dem wetter ein schneesturm hüttet auf gute 216 und alle jene, die dem wetter trotzen wollen und pokémon zu führen, schlaft auf keinen fall in diesen schneesturm ein das war es auch schon wieder von dem wetter papp papp da war aber auch eben was anderes noch von dem k- team cala- galaktik äh, team galaktik warten wir mal einen moment noch hallo wende doch mal oh ok das sieht auch so merkwürdig aus ja okay das ist okay das ist das ist das ist Wie viel Werbung ist da eigentlich drin? Hm, 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 hm. Willkommen bei der Pokémon-Forschungsecke. Heute wollen wir ein Wilds-Pokon genau unter die Lupe nehmen. Ah, da hätten wir auch schon ein Exemplar. Ein Wilds-Klip-Bunkert. Triecht ihr da etwas bei sich? Was mag es sein? Dem muss das einmal nähern. Na, zeig doch mal her. Aua, meine Finger. Muss mich doch nicht gleich kratzen, Meno. Aber gut, wir, Glibunkel, können also einen Klumpen Giftschleim tragen. Vielen Dank, Glibunkel. Hier hast du deinen Klumpen Giftschleim zurück. Aua, jetzt hat er mich schon wieder gekratzt. Wie üblich habe ich es geschafft, einen Pokémon in Rage zu versetzen. Zeit zu gehen, bis bald. Naja, egal. Bis das auftaucht, dauert wahrscheinlich schon mehrere Jahre. Ich würde aber sagen, ich fette hier erstmal die Aufnahme, Ben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Stränder Diamant. Und dann werden wir uns auf dem Weg zum Lederstärken machen. Gucken, was Flash da macht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.